Hallo liebe Familie, uns hat jemand geschrieben, dass wir uns mal den Schießplatz in Independencia anschauen sollen. Und das machen wir heute. Wir sind am Weg in die Kolonie und schauen uns das mal an. Si, Armas! Wir sind bereit. Wir sind sehr sehr, 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 sehr. So now, I don't know, I don't know. So I tried to do it without the loading part. But it still works, it's just a little bit harder. Oh, well. Well done. This one. This one. This one. This one. Back into it. Just... And... It's in. It's in. It's in. It's in. It's in. It's in. It's not. It's not. It's not. Yeah. You shot it at the 8. Wow. Center. Woo! Nice. Very well done. That's also 9. Annoying task. Because you always have to push him in. What would I do? Yeah. It's a little bit louder. It's quite louder. It's so loud, right? That's a lot more louder. Oh. It move on. Yeah. That's a little bit louder. It's quite loud. Yeah, it could be loud. Really? Yeah. Yeah. Wow. One more crcinнуly focuses towards the legs. And then there's closeЕbible triangle. Ich habe die Schaube auf 19 Uhr und Elie ist jetzt Er ist jetzt versuchen, mit 15 9mm bullets zu erfüllen. Und ja, es ist ziemlich schwer, dass das in das, eigentlich. Habe ich es? Ja. Nein, es fällt. Well done. Es ist ziemlich stark, oder? Du hast es! Nice! Nice! So, wir kommen vom Schießplatz. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Mehr über die verschiedenen Waffen zu erfahren, manche auch auszuprobieren. Es ist vielleicht nicht ganz das günstigste Hobby, aber es ist ja nicht umsonst. Welche ist dein Favorit? Du Lock 19. Sehr gut! 9mm. Sehr gut! Wenn ihr andere Orte wisst, die ihr uns empfehlen könnt, die wir uns anschauen sollen, dann schreibt es uns. Und wir freuen uns aufs nächste Video. Yeah! untertitelung.